Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich nicht alleine, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Freunde, es gibt eine neue Make-up Kollektion von BH Cosmetics mit einer Sängerin, Rapperin, Musikerin. Wir hatten vor ein paar Wochen schon eine Kollektion von BH und Iggy Azalea. Heute habe ich hier die Doja Cat. Freunde, ich habe alle Produkte hier in PR bekommen und bin ganz gespannt, wie die Sachen sind. Ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses Video. Alle Produkte, die ich heute nicht benutze, werden direkt an euch weitergegeben. Also zählt, wie in vielen meiner Videos, einfach die Emojis, schreibt die Anzahl in die Kommentare. Und dann kontaktiere ich euch und lose den Gewinner oder die Gewinnerin per Zufallsprinzip aus. Freunde, ich war gerade beim Friseur. Also wenn ihr irgendwo kleine Haare seht, das ist das Letzte, was ich habe. Aber es sind nicht mehr viele, aber sie sind jetzt nicht mehr auf dem Kopf, sondern im Gesicht. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten, weil ich nicht so weiß, was ich von diesen Kollektionen halte. Die Iggy Kollektion war richtig, richtig cool. Qualitativ top. Packaging, das war so etwas, das hatten viele von euch irgendwie ein bisschen kritisiert, dass das ausgesehen hat wie Kinderschminke. Die Doja Cat Kollektion ist voll mit Pilzen. Ich muss sagen, ich liebe es. Das ist so Gold und Grün und das Ziel dieser Kollektion ist so ein bisschen die Natur oder die Elemente der Natur wieder zu kriegen. Und ich habe hier wirklich ein paar Sachen schon gespottet und mit meinem Blick erhascht, die ich ziemlich, ziemlich spannend finde. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich mit dem Make-up. Ich habe meine Beige schon drauf und ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzel kleines bisschen aufweitern kann. Und wenn ihr neu hier seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es fehlen tatsächlich einfach nur noch 11.000 Leute, Freunde, bis zu den 100.000. Wenn jeder, der das Video sieht, ein Freund, eine Freundin darum bittet, meinen Kanal zu abonnieren, dann schaffe ich das große Ziel für mich vielleicht auch noch dieses Jahr oder im nächsten. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt starten wir. Wir haben drei verschiedene Lipglosse. Wir haben Lip Balms, wir haben Eyeliner, wir haben eine Mascara. Was recht neu für eine Make-up-Kollaboration ist. Lidschatten, Blushes und ein Pinsel-Set. Das Pinsel-Set werde ich nicht benutzen. Das geht direkt an euch. Ich habe es hier aber einfach schon mal rausgeholt. Das ist, ja, es sieht ganz schön aus. Es hat so ein paar goldene Accessoires und pinke Haare. Alles natürlich vegan und cruelty-free. Das geht einfach so direkt an euch. Ich weiß, ihr freut euch immer über Pinsel. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Pinsel von BH Cosmetics hier. Falls euch eins oder das andere Produkt aus dieser Kollektion interessiert, könnt ihr immer mit meinem Code Maxim10 bei BH Cosmetics online sparen. Gilt auch auf Sale. Also wenn es da mal irgendwie eine Aktion gibt, dann könnt ihr da gerne ein bisschen mit shoppen. Und ihr unterstützt mich damit tatsächlich sehr. Freunde, wir starten als erstes mit einem Highlighter. Und das ist ein loser Highlighter. Ein Loose Powder Highlighter. Vegan und cruelty-free. In der Farbe Champagne. Kommt in dieser klassischen Verpackung, wo halt lose Puder drin sind. Ach so, sollte ich euch was über Doja Cat erzählen? Das ist die gute. Und diesen Look werden wir heute probieren nachzuschminken. Das ist eine bildbildhübsche Frau. Und ich muss auch sagen, das Design oder die Aufmachung, wie diese Kollektion gemacht ist, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich liebe diese erdigen Töne, dieses Grüne, dieses Moos. Und dann diese Golddetails mag ich gerne. Und den Look schminken wir heute auch ein bisschen nach. Dafür möchte ich tatsächlich aber als erstes diesen Highlighter benutzen. Beziehungsweise möchte ich erst mal schauen, ob der mir von der Farbe passt. Ich nehme erst mal so ein bisschen was raus. Und hu hu hu, swatche den mal. Ich glaube, dass ich den nicht in meinem Gesicht benutzen werde. Der ist nämlich recht gold und so ein bisschen grünlich. Aber man muss dazu sagen, Doja Cat ist eine Woman of Color. Und ich finde es besonders gut, dass auch hier Produkte drin sind, die vielleicht einfach auch nicht auf meine Hautfarbe abgestimmt sind, sondern einfach eher auf dunklerer Haut. We love that. Deswegen den Highlighter benutze ich nicht. Wenn jemand den haben möchte, schreibt mir gerne bei Instagram. Das ist etwas, was ich dann nicht einfach random in ein Paket packe. Dann haben wir hier eine Blushpalette. Und erinnert ihr euch an die Essence Fallback into Nature Palette? Meine liebste Blushpalette aus der Drogerie. Und die könnte jetzt abgelöst werden. Ich weiß, dass viele von euch die Farben auch mochten. Durch diese hier. Wir haben ein schönes, sattes, kräftiges Rot. Ein, ja, eher so ein Move, Nude Ton. Und ein Gelb. Und ihr wisst, ich liebe Gelb-Orange Blushes. Einen Blushbrush von BH und Iggy Azalea. Ich swatche erst mal. Krass. Ich glaube, selbst daraus könnte man einen schönen Lidschattenlook machen. Schaut euch mal bitte die Pigmentierung an. Sieht super, super gut aus. Ich starte erst mal mit dem Soften in der Mitte. Gehe hier einfach ein bisschen rein. Klopfe ab. Und platziere mir den hier oben. Ich weiß nicht, ob man was auf meiner Haut jetzt sieht. Doch, ja. Schöne Farbe, weil er so ein bisschen in die Bronzy-Richtung geht. Und, uh, wait a second. Ich komme mal ein Stückchen näher. Ich glaube, dass man den sehr, sehr gut mit dem Bronzer mischen kann. Weil der nur so eine leichte Farbe hat. Und dann gehe ich ganz leicht hier in das Rot und in das Gelb. Und platziere mir das hier weiter vorne. Ist eine richtig schöne... Herbst. Uh. Wow. Wir machen das Ganze noch einmal hier. Also das ist tatsächlich nicht so dieses klassische Blush. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir mal Blushes benutzen, die vielleicht nicht einfach nur rosa oder korall sind, sondern die auch auf dunklerer Haut schön sind. Und wenn ihr eine sehr helle Haut habt, ist das trotzdem was. Weil ihr seht, ne, ich bin ja jetzt nicht dunkel. Ich bin im dunkleren, hellen Bereich. Und durch diese Gelb- und Rot-Nuancen, wenn man das so ein bisschen mischt, kriegt man aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Und ich glaube, gerade vor allen Dingen jetzt im Herbst ist das... Gefällt mir gut. Farbe top. Es gibt eine kleine Palette. Und da bin ich ehrlich mit euch totaler Quatsch, meiner Meinung nach. Das ist die Elements-Palette. Und da sind vier Farben drin, die alle recht ähnlich sind. Wir haben Goldbraun, wir haben ein bisschen Rot und, ja, auch so ein dunkleres Kupfer. Verstehe ich persönlich nicht so ganz, was man damit soll. Ist halt so an den Elementen angepasst. Aber, weiß ich nicht. Brauche ich halt persönlich nicht, weil wir haben dieses Schätzchen hier. Und da muss ich sagen, Packaging ist top. Das ist alles Gold. Und man sieht so diese Pilze, das Grün, das Moos. Gefällt mir persönlich von der Aufmachung sehr, sehr gut. Wir haben einen riesengroßen Spiegel mit drin. Und dann sind hier 36 Lidschatten mit drin. Preislich wie immer. BH Cosmetics ist völlig in Ordnung. Online spart ihr da natürlich noch ein bisschen mit was. Aber auch hier haben wir sehr verschiedene Farben. Also das ist nicht das unbedingt, was ich gerade gedacht habe. Diese Earthy Tones. Diese braun, grün. Diese toned down Herbstpalettenfarben. Sondern wir haben wirklich auch schöne, spannende, helle Farben. Wo ich sagen kann, okay, wir haben was für den Frühling. Wir haben was für den Sommer und wir haben was für den Herbst und Winter. Also eine sehr vielseitig einsetzbare Palette. Ich möchte heute tatsächlich diesen Look so ein bisschen probieren nachzuschminken. Der ist recht grün, aber wir probieren das so ein bisschen spannender zu machen. Dafür hole ich euch ein Stückchen heran. Und dann geht's los. So, könnt ihr auch meine Base einmal sehen. Ich finde, hier vorne habe ich ein bisschen übertrieben. Aber ansonsten ist das wirklich eine wunderschöne Farbe. Und, also die Farben sind tatsächlich matt im Fändchen. Aber auf der Haut wirken die so ein bisschen feucht. Also nicht so pudrig. Ich habe festgestellt, dass das bei vielen Produkten mittlerweile so ist. Weil sich die Formulierungen einfach geändert haben. Im Vergleich zu vor fünf Jahren. Man kann einfach viel, viel bessere Ingredients mit in ein Produkt packen. Und dadurch wird das Produkt nicht so pudrig auf der Haut. Obwohl es eine Pudertextur ist. Aber wir starten mit einem fluffigen Pinsel. Und zwar gehen wir in die Farbe Dream. Das ist hier so ein recht heller Braunton. Und den gebe ich mir erstmal in die Lidfalter. Ihr Look ist recht rund. Und ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Das ist eine sehr schöne Farbe. Das ist ja, ich würde ja am liebsten eine Lidschattenpalette mit drei Farben ausbringen. Oder vier Farben vielleicht. Und davon wäre das tatsächlich eine. Das, das Gold vielleicht und dieses dunkle Braun. Einfach für diese casual, super schnellen Looks. Wir haben nicht immer Lust und Zeit, uns eine riesengroße Palette vorzulegen. Im Alltag zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt mir da gerne mal ein Feedback mit rein. Holt ihr euch tagtäglich eine andere Palette raus? Oder greift ihr doch eher immer wieder zur selben? Dafür, dass sie so eine helle Farbe ist, funktioniert sie sehr, sehr gut bei mir. Ich wollte die auch wirklich nur so ein bisschen in meine Lidfalte reinbringen. Aber während ich hier so ein bisschen verblende und aufbaue, kann ich euch mal so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass BH Cosmetics, das ist ja nicht BH Cosmetics hier in Deutschland. Das müssen wir so ein bisschen trennen, weil BH Cosmetics hier in Deutschland ein ganz, ganz kleines Team auch ist. Und natürlich die Sachen aus Amerika kriegen. Da sitzt ja niemand hier in Deutschland und sagt, okay, wir nehmen die Farbe und die Farbe und die Farbe. Sondern das ist halt viel aus Amerika und dann kommt halt einiges immer nach Deutschland rüber. Aber ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder nicht so gut finde, dass sie halt so viele Kollektionen jetzt mit Celebrities rausbringen. Also für mich ist es nochmal was anderes. YouTuber sind für mich keine Promis. YouTuber sind für mich einfach Leute, die man kennt, aber keine Promis. Und Doja Cat ist ein Promi. Und ich habe Doja Cat persönlich selber nie mit Make-Up in Verbindung gebracht. Genauso wenig aber wie Iggy Azalea. Die tragen natürlich immer Make-Up und auch immer sehr, sehr schönes Make-Up. Aber da war ich so ein bisschen so, hm. Aber nun gut, da könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr dazu steht. Wie findet ihr das, dass Marken jetzt auch immer mehr mit Celebrities Make-Up rauskommen. Ich meine klar, es verkauft sich und es wird sich gut verkaufen, ganz sicher. Farbe sehr, sehr schön. Mir persönlich würde das schon reichen. Ich nehme jetzt als nächstes die Farbe Wild. Das ist hier so ein schönes, kräftiges, ja, ich würde sagen, Türkis Mors und gebe das einfach hier rüber. Ich will das eigentlich nämlich als Hauptfarbe haben. Und bedenkt, ich nehme einen Blendepinsel und keinen Packing Brush. Das heißt, ich möchte, dass das Ganze so ein bisschen softer ist. Geht so ein bisschen ins Bläuliche. Und dann baue ich mir die Farbe ganz, ganz langsam auf. Fokussiere es aber tatsächlich eher in die Crease. Und mit dem Rest am Pinsel gehe ich dann einfach hier rüber und blende das so ein bisschen aus. Geht recht gut dafür, dass ich ein Blendeprush benutze. Im Pinselset ist auch ein Brush zum, ja, ich würde sagen, zum Cutcrease ziehen oder eher so ein bisschen zum Packing ist auch was mit dabei. Also es ist ein gutes, sehr vielseitiges Pinselset. Ich blende das Ganze einfach mit dem Rest, den ich am Pinsel habe, immer weiter aus. Fokussiere es wirklich nach hier oben und gehe dann ganz, ganz leicht in die Farbe Moss. Das ist hier oben so ein Türkis, einfach um hier noch so ein bisschen diffuser zu werden. Und dann wechsle ich den Pinsel zu einem mit recht klein Härchen und gehe hier in die Farbe Strength. Das ist ein dunkles Grün, sieht sehr intensiv aus. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger und presse das einfach oben rüber. Dadurch, dass ich jetzt natürlich schon viele Schichten auf dem Auge habe. Wobei, doch, geht gut. Dann ist irgendwann Schluss und dann halten die Lidschatten nicht mehr, aber nicht mit Doja Cat. Sehr, sehr schöne Farbe. Ich liebe diese dunklen Grüntöne. Ich hätte mir persönlich aber vielleicht noch so ein Grün hier gewünscht. Ein bisschen, so wie mein T-Shirt. Ein bisschen, ein bisschen heller, um das auszublenden. Aber es geht gut, ne? Also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen den Gedanken, den ich loswerden muss von mir. Das ist nicht meine Palette. Die werden sich da schon was bei gedacht haben. Und wenn das ihr gefällt, dann soll das ihr gefallen. So, die Farbe ist einmal ausgeblendet. Jetzt habe ich überlegt, ziehe ich mir diesen... Sie hat ja hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ja doch, diesen weißen Eyeliner. Und dann hat sie wahrscheinlich aus dieser Palette eine Farbe benutzt. Komm, wir probieren das mal. Wir haben nämlich einen schwarzen Eyeliner und einen weißen Eyeliner. Und den weißen habe ich vorhin schon mal so ein bisschen geswatcht. Ich habe jetzt nicht so Erfahrung mit weißen Eyelinern. Aber ich glaube, dass man da einfach ein, zwei Schichten mehr braucht. Wir probieren das mal. Ich ziehe mir jetzt einfach hier Crease, so einen Bogen. Und den lassen wir jetzt mal antrocknen. Das Problem ist halt, das ist dann hier auf dem Pinsel. Und das ist halt eine Schicht. Jetzt kommt aber fast nichts mehr raus. Wir lassen das jetzt erstmal kurz... Okay, ich gehe jetzt hier noch einmal rüber. Dann nehme ich mir hier so einen kleinen Brush und gehe in die Farbe Felin. Das ist hier ein sehr, sehr heller weißer Ton. Und den probiere ich hier draufzusetzen. Der Pinsel ist zu groß. Und intensiviere so ein bisschen die Crease. Der Lichtschatten ist top. Der Eyeliner hat mich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht. Aber es geht. Ist okay. So sieht das Ganze doch schon ziemlich cool aus. Und jetzt gehe ich mit meinem Finger einfach in die Farbe Fauna. Uh, super creamy. Und gebe das hier rüber. Gefällt mir das? Nein. Ich gehe hier in die Farbe Fern. Das ist ein Grün. Und toppe damit einfach hier so ein bisschen rüber. Das gefällt mir gut. Alright. Das ist einmal der Look. Ich habe unten noch so ein bisschen was hingegeben. Also gefällt mir wirklich gut. Würde ich sagen. Ist eine schöne Palette. Muss man so ein bisschen mitspielen und schauen, wie man die Farben für sich am besten kombiniert kriegt. Gehe jetzt hier unten nochmal so ein bisschen lang und diffuse das hier aus. Es gibt, finde ich, super spannend, eine Mascara. Habe ich so auch noch nicht in der Influencer-Kollaboration gesehen. Und das Ding ist, die hat hier so ein Ball. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Oh, wow. Okay. Die macht extrem schwarze, dicke, lange Wimpern. Sie ist ein bisschen unpraktisch vorbei. Für hier unten kann ich es mir gut vorstellen. Du kommst halt überall ran, ne? Okay. Also die macht wirklich dicke, 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 schwarze Wimpern. Und die packt die halt so ein bisschen zusammen. Also die trennt die jetzt nicht, ne? Sondern die macht die halt wirklich so. Spinnenbeine, finde ich, klingt immer so ein bisschen negativ. Die macht halt dicke Wimpern. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen durch und trenne die. Schön schwarz. Ja. Ja. Alright. So seht ihr das Ganze auch nochmal aus der Entfernung. Gefällt mir wirklich gut. Mascara weiß ich jetzt nicht. Müsste ich jetzt ein bisschen länger testen. Aber, nur gut. Kommen wir zu den Lippenprodukten. Und da gibt es, das habe ich nicht ganz verstanden. Das sind so Lip Balms in verschiedenen Farben. Ich habe sie euch hier mal eingeblendet. Wir benutzen jetzt mal... Ah, ich kriege die nicht auf, die Dinger. Benutze jetzt mal einfach den etwas helleren hier. Das ist die Farbe Clear. Das ist halt ein Lippenbalsam, ne? Es gibt aber auch noch drei Glosse. Und ich möchte die Farbe Nude benutzen. Die gefällt mir persönlich am besten. Füßchen ist das klassische BH-Füßchen. Oh, hat keinen Duft. Hat sehr viel Reflektion drin. Also das ist nicht nur der Gloss, sondern in diesem Gloss... Mh. Das ist top. Das erinnert mich vom Finish her sehr an die Huda Beauty Silk Balms. Nur mit ein bisschen Farbe. Die Glosse, top. Und das, Freunde, waren die Produkte aus der Doja Cat und BH Cosmetics Kollektion. Und ich bin super gespannt, was ihr sagt. Ich glaube, dass man damit gut was machen kann. Und eine schöne Kollektion ist. Von der Aufmachung gefällt es mir persönlich sehr, sehr gut. Und ich bin super gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.